Ja, Bundesversammlung heute, das war ein großer Vertrauensbeweis für Joachim Gauck. Ein exzellentes Ergebnis und er hat sehr, sehr deutlich in seiner Rede gemacht, um was es ihm geht. Nämlich Werte in Deutschland als Programm, Freiheit, christliche Werte und auch Generationengerechtigkeit. Und ich glaube, dass er mit dem Satz, er will, dass unsere Kinder und Enkel auch sagen können, es geht hier um ihr Land, es ist unser Land, in dem wir leben. Dies wollen wir auch erhalten für zukünftige Generationen. Das ist eine starke Botschaft, die Auftrag auch an die Politik sein muss, dass Werte eine größere Rolle spielen, als dies vielleicht das eine oder andere Mal in der Tagespolitik aufscheint. Also Auftrag an Politik, auch an die Gesellschaft, Werte gebunden in die Zukunftsstaaten.